Also die Frage ist, wie kommen wir denn an die Betroffenen ran, was kann ich denn machen, dass die sich in ihrem Bereich unter Anführungszeichen outen können, ohne dass sie gleich Nachteile für sich irgendwie erleben oder erkennen wollen. Weil was wir auch gut wissen, ist, dass diese Kinder sich deswegen sehr häufig nicht zu erkennen geben, weil sie Nachteile für sich und die Familie fürchten. Manche Familien wissen, dass das also nicht in Ordnung ist, was da rennt. Und was passiert, wenn wir uns jetzt als Familie outen, wir haben da Kinder, die Pflegeaufgaben übernehmen. Also die Sorge auch über sich Jugendamt oder was, das sagt, es ist vielleicht genau und gar nicht gut, dass das Kind in der Familie ist oder solche Ängste. Genau. Und ich denke mir, da ist ganz wichtig, nochmal ein Bewusstsein zu entwickeln, dass es da primär nicht um etwas Pathologisches geht und dass die Lösung auch nicht sein kann, die Kinder aus den Familien rauszuholen.